Also ist das Auto neu? Ja, haben wir heute in Pilsting beim Auslieferungslager abgeholt. Heute erst? Ja, heute. Und wo ist das Autoliefungslager? In Pilsting, das ist hinter München. Ah, gut. Circa eine Stunde hinter München. Und lange gewartet, um das Auto zu haben? Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben erst vor dreieinhalb Wochen bestellt. Also ging sehr schnell. Das ging ja schnell. Das ist ja toll. Und wie viele Kilometer jetzt gefahren damit? Wir sind jetzt schon circa 250 Kilometer gefahren und müssen nochmal 150 fahren. Aha. Und wie ist der Eindruck bisher? Also mega. Also fährt sich 1A. Das Einzige ist so ein bisschen von Supercharchar zu Supercharchar. Man sollte sich ein bisschen die Strecke vorher überlegen, aber ansonsten macht mega Spaß. Ist ein mega Auto. Was ist das für ein Modell 3? Modell 3 Standard Plus. Also der kleinste sozusagen. Der kleinste Plus. Ja gut, also viel Spaß dann noch mit dem Auto und schönen Tag. Das Wetter hat ja mitgespielt für so einen schönen Abholtag. Also, danke. Danke. Das ist eine relativ kleine Supercharchar-Station mit nur acht Ladesäulen. Aber jetzt lasst uns mal wie immer die Drohne fliegen, um mir das Ganze von oben anzuschauen. Bleibt dran. Darmengen 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie lange haben Sie Ihr Auto? Ich habe ihn gestern geholt. Gestern geholt? Ganz neu sozusagen. Und jetzt ist es das allererste Mal, dass Sie Strom laden. Ist das richtig? Nein, nein, das ist nicht richtig. Wir haben schon zu Hause über die Schuko-Steckdose geladen. Das dauert natürlich eine Weile. Und haben unterwegs auch schon mal bei einer SOMS-Ladestelle mit 50 Kilowatt einmal vollgeladen. Aha. Aber jetzt hier? Ist das hier jetzt das erste Mal? Ja, das ist das erste Mal mit einem Tesla Supercharger. Ah, toll. Jedenfalls vielen Dank und viel Spaß mit dem Auto. Vielen Dank. Bitte. Wiedersehen. Direkt hinter den Tesla Ladesäulen gibt es drei Allegro Schnellladesäulen. Zwei sogar mit 300 Kilowatt. Allerdings kein Auto und keine Autofahrer, die ich interviewen kann. Untertitelung des ZDF, 2020